hallo leute und willkommen zurück zu let's play yoshis island wir machen hier endlich mal weiter denn wir sind stehen geblieben bei level 22 mit dem name super baby homerun ist klar ja ich genau dabei was mit denen die schmeißen nämlich die eier dann hier entgegen und so zeug also die sind schon ein bisschen gemein aber braucht ihr auch ein bisschen weiter zu kommen also ein paar sachen einzug so dankeschön ja da kann man zum beispiel jetzt sehen hier anschließen und erschlägt den das eisenwort zurück und trifft somit dann die volke ist eigentlich irgendwie ganz witzig gemacht aber ich mache das level überhaupt nicht so viel fast ein ist ja das ist wirklich ziemlich nervig ich nehme mich mal mit da wäre eine röhre gewesen da kommen dann auch ein paar raus so jetzt lassen wir hier erst mal ein blümchen wachsen ich glaube auf der seite gab es nichts da können wir ja genau das ist geht dann nur mit dem super baby das wir ja auch schon gesehen hatten ich renne da jetzt einfach mal schnell hoch weil die fächer ziemlich nervig sind mit dem komischen was auch immer die dh schießen dankeschön nervlich vielen dank so da haben wir jetzt na komm schon ich will dich jetzt fressen dankeschön da gibt es nichts mehr dann gehen wir mal runter und da runter muss ich da eigentlich runter ich glaube schon ich guck trotzdem mal oben nach nicht dass ich da was vergesse ok ich kommt da nicht weiter brauche ich eben das super baby dazu sondern ich habe mir da mal runter da und hier kommt der stern 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 ich warte jetzt mal bis er zurückkommt dann geht er länger ich glaube aber nicht dass das irgendwie was bringt ach egal los geht's lauf baby lauf na komm schon was ist das denn jetzt wieso ist er abgestürzt einfach weiter lauf einfach super ach geschafft gott sei dank so dann ist das auch schon geschafft so wie wir das jetzt noch mal na komm jetzt hab ich ihn nicht erwischt ok da hab ich ihn jetzt runtergegangen aber ich glaube ich erwischt es sogar so ok geht auch so aber jetzt einfach keine eier mehr haaa ei 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 das ist nein 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 komm 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 ok jetzt wird's anstrengend ach ne ich hab keine eier aber ich weiß auch nicht ob da jetzt nur ein leben war oder nicht weil ich muss den genau treffen dann wirft er das nämlich in meine richtung da ist somit habe ich ein rote münze level up level up ja level up das gibt es in dem spiel nicht aber wir können das hier machen und das hier und das hier das ist lustig jetzt habe ich immer noch keine eier aber ich glaube da gibt es gleich welche moment wuhu ich bin gut na komm hop 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 so jetzt müssen wir da erstmal überall reingucken damit wir auch alles haben hier haben wir schon mal einen Sternenkreis so mehr 30 Sternchen ähm da oben ist ne wolke äh ich sollte mal früher fliegen drücken zack was haben wir da äh Sternchen die brauchen wir im moment nicht was haben wir da eine rote münze die brauchen wir ah da komm ich nicht hoch ok warum ist das so so da ist noch ne wolke drin da ist ne blume Gott sei dank da ist nichts drin jetzt holen wir uns nochmal die Eier damit wir 6 Stück dabei haben und dann gucken wir mal weiter so ach und genau das ist die Stelle des Spiels die ich hasse denn mit den komischen Ratten da ja weil das klaut Eier und wenn man die versucht irgendwie zu fressen trifft man die irgendwie nicht und keine Ahnung oder verliert man Sterne und hast sie nicht gesehen aber das ist echt nervig mit den Viechern komm schieß so verschwinde verschwinde dankeschön naja vorsichtig so ich möchte eigentlich gar keine Sterne am besten verlieren so weg da Blümchen hin geh weg, geh weg geh meins nein geh weg gab es hier nicht irgendwo noch ein Geheimnis oder ah da ist ein irgendwo gab es glaube ich noch so einen Gang wo man runter konnte da gab es auf jeden Fall rote Münzen ich weiß nicht ob das jetzt da war wenn es da war habe ich es verpasst wenn es ja nicht war habe ich Glück gehabt ach ne ähm das ist das mit dem Maulwurf wieder aber ich verkenne da jetzt irgendwie gar nicht welche rote Münzen sind und welche nicht ähm na ich möchte da so nah wie möglich ran um eine halbe Sekunde zu sparen denn ich kann das überhaupt nicht mit dem so einen komischen Gelenke ähm rote Münze komm schon komm schon komm schon flop komm komm schneller 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 ich hoffe da gab es jetzt nur 2 Euro 3 scheiße und ich hab schon von Münzen nicht hm hm kann ich da nochmal zurück geht das nochmal ich hab da 2 Münzen nicht oh verdammt aber wenn 2 rote Münzen fehlen dann könnte ich wissen wo die dann sind aber jetzt wieder vorsichtig vorsichtig komm raus komm komm ja ich weiß dass du da drin lässt komm ich will dich fressen ich brauch nur ein paar Eier oh ja nicht ausspucken roter schlucken da ok die Kiste hebe ich mir mal auf falls ich da irgendwie Sterne brauch komm her ja ich trau dir nicht da ist auch eine ok da muss ich dann auf jeden Fall zurück weil da waren ein paar Wege so da ist auf jeden Fall eine rote Münze noch kann man die einfrieren oh die kann man einfrieren gott sei dank ok da werden auch bloß Sternchen drin gewesen ich hab's gewusst dass da wo jemand rauskommt ok da geht's aber weiter aber da gab's noch ein paar andere Wege ok hhhhh hhhhh hölzer so bambam ok das geht haja hallo ok ok nein ich will da vorbeischießen genau vielen dank ahm ich glaub von da komme ich ok ach du schande hier zwischendrin gibt es nichts dachte ich hoffe ich habe da alles auch du meine bitte ich habe nicht alles da fehlt noch was ne blume nein okay ist aber auch nicht schlecht und ob es kann man nie genug haben ich jetzt überall ich hoffe ja und da war ich auch gucken wir mal weiter wie gesagt wenn irgendwas fehlt zwei rote lünzen weiß ich ja sterne sind ja voll hier haben wir schon mal eine solche stelle war das tätig gemeint hat wo geht es hin ach nein das war das ich muss an den vorbeischießen dass ich an die rote münze kommt dankeschön ich habe alle gott sei dank verdammt eine blume fehlt noch ich hoffe da kommt jetzt noch irgendwo eine blume und nein geweckt oh mein gott wie ich diese viecher hasse ja springer da genau da ist die stelle die ich gemeint hatte genau da ist nämlich auch hochgeweck hier hat genau der die letzte blume und ich verdammt 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 ich kann scheibenkleister hatten 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 kommt warten ich habe sogar noch ein gehabt gott sei dank jetzt habe ich aber drei kommen kann man wegen der doofen hatte hier habe ich genau in dem moment dreht sie sich rum ich glaube ich bin alter kann ich da irgendwie einschießen komm schon es war mir so klar dass das wieder passiert bin aber auf 30 ich habe ein und da ist die muss wieder ich mal kurz stück weiter und wieder zurück so jetzt man gut jetzt habe ich drei eier und das zu früh los geht doch geht doch jetzt nicht treffen lassen noch ein langsam langsam gott sei dank ziel ich habe es geschafft und bonus 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 auch irgendwo wieder klar dass ich wieder mal kein bonus spiel bekomme egal sondern gucken wir mal 30 von 23 25 und 500 punkte so geschafft seitdem das klein selbst er hier jetzt kommt die geisterwelt grinsen zu wald ich bin mir gerade nicht sicher habe ich sehe es ja dann wenn ich irgendwas vergessen habe dann muss ich ja kommt mal her ich brauche noch ein paar eier nein 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 danke danke weil hier sind auch ein paar sachen versteckt wie zum beispiel das darin befindet sich ein schalter und da kann man das aktivieren ich weiß gar nicht ist da irgendwo anders noch was ich weiß ja glaube ich nicht richtig nachgeguckt ob da vielleicht noch was ist ich glaube ich nicht richtig nachgeguckt ob da vielleicht noch was ist ja wieso machst du jetzt keine stampfattacke hier geht doch wird auch zeit so noch mal bitte danke dass nichts passt wer wollte ich nicht wissen blume nein weg da auch kommt schon aber da haben wir noch da haben wir noch 1 1 1 2 sterne sind schlösen egal ja komm schon viel zu viele geister viel zu viele geister die alle grinsen deswegen heißt es auch grinsenwald und rote münze wie kommt da noch so kein ding und klappen und eier kommt man ja hier nur zu genüge rote münze da sind noch ein paar sternchen geist so dankeschön dankeschön genug voll ähm oh sternkreis das ist auch gut okay da werden auch wieder welche gekommen zack nicht verzweifeln diese mauer kannst du mit einem alzer schmettern alles klar dazu hätte ich halt nicht die tafel nicht gebraucht aber infos sind wichtig so vielen dank hier ist auch irgendwo was drin versteckt glaube ich zumindest dass da was verstehen doch klar also doch mal her naja komm her komm her neckeschön naja 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 Ich werde unzingelt, unzingelt. Komm schon, ich will doch nur die rote Münze da. Gebt mal alle weg. So. Oh Gott. Erst Geister, dann zigtausend Fledermäuse. Das ist alles so nervig. Okay, da ist das drin. Da ist irgendwas drin. Keine Ahnung, was das war. Ich kenne mich mit dem Ding nicht aus. Oh, super baby. So. Gut, da oben haben wir wieder so ein Spieldingens und so. Den Stein brauche ich, glaube ich. Oder auch nicht. Ich habe keinen Plan. Nee, den neig ich da hoch. Nee, den würde ich gar nicht hoch bringen. Aua. Au. Brauche ich den? Ja, den brauche ich. Nicht wirklich, aber egal. Komm, roll weg. Roll, roll, roll. So. Ähm. Das funktioniert nicht schade. Uhu, getroffen. Oh, Mann. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch noch was zu entdecken. Dazu muss man allerdings das Zeug da ein bisschen kaputt machen. Allerdings nicht zu kaputt. Sonst kommt man da nicht hin, wo man hin soll. So. Komm schon. Hopp. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Nö. Gibt nicht mehr. Flup. So. Denn hier oben gibt es noch ein Blümchen. Boah. Mach doch einfach die Stammfahrtage bitte. Dankeschön. Da waren nur ein paar Münzen hier. Da falle ich durch. Ich bin durchgefallen. So. Ähm. Da gab es nix. Okay, wo war das? Da gab es irgendwas. Ich weiß das. Da gab es was. Da gab es was. Wenn ich das sage, dann ist das so. Irgendwo war da was. Aha. Wow. Komm schon. Hm. Ich war mir sicher, da gab es irgendwo einen Schalter. Damit konnte man dann hier irgendwo reingehen. Komm schon. Ich war mir da so sicher. Warum musst du mich jetzt enttäuschen im Spiel? So. Das war's. Ich habe hier so ziemlich alles zerstört. Ähm. Gehen wir mal da rein. Und wieder raus. Und hoffen, dass das resettet ist. Ja, es wäre sogar resettet. Aber ich weiß gerade nicht, wo das Teil war. Ich glaube, da gab es noch irgendwas. Oh, naja. Dann lassen wir das halt erstmal. Wir sehen ja dann, wenn was fehlt. Auf jeden Fall muss ich irgendwie an den Schlüssel rankommen. Und ich weiß gerade nicht mehr, wo ich den hergekommen bin. Doch, ich weiß wieder, wo ich den herbekommen. Da. Ja, ich wieder als Maulburg-Spezialist, ne? Mal schauen. So, buddel dich mal rein hier. Flub, 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 flub. Und rückwärts. Hey, es klappt sogar. Ich bin begeistert. Und da ist eine Fledermaus. Geht weg. Weg da. Weg. So. Schlüssel. Mit diesem Schlüssel können wir jetzt wieder zurückgehen. Ein paar Fledermäuse fressen. Fressen, habe ich gesagt. Vielen Dank. Genau, mit den Steinchen kommen wir da hoch. Und dann können wir da rein und machen ein Bonusspiel, bei dem ich jetzt... Ja, mal nicht versorgen werde. Ballon-Duell. Ja, und meine Stampfattacke funktioniert nicht. Ich bin begeistert. Ach nee, das ist das gewesen. Okay. Ich hasse dieses Minispiel, weil der bescheißt voll. Das ist ein Cheater. Und ich finde das irgendwie doof, mit einem Analog-Stick da die Pfeilrichtungen zu machen. Aber, was soll's? Ich kann's jetzt. Hatte ich das nicht gerade schon? Ja, das hatte ich gerade schon. Hör mich schon. Warte. Hä? Ach komm. Bitte nur eine Richtung machen. Viel Dank, Controller. Wieso kriege ich immer das Gleiche? Was anderes bitte? Ah ja. Dankeschön. Okay, jetzt platzt er gleich. Und wie ich's weiß... Ja, erwarte... Och, Gott sei Dank. Haha. Run-up. Ich habe eigentlich eher mal an irgendeine Power gedacht oder Sterne oder irgendwie sowas. Weil davon habe ich ziemlich wenig, da ich nie Bonus-Games kriege. Ja, das Spiel hasst mich. Und ich mag es auch nicht. Aber egal. So. Genau. Das machen wir jetzt. Münzen sammeln. Ich weiß gar nicht. Ist da auch irgendwo was drin? Ja, gut. Das war jetzt Fail. Ich wollte probieren, ob das geht, aber scheint nicht zu funktionieren. Plup. Ich habe eigentlich auch keine große Lust da jetzt jeden Millimeter hier abzusuchen. Aber wer weiß, ob es da was gibt. Hm. Hm. Oop. Na. Boah. Boah, Stampfattacke. Danke. Gut. Dann lassen wir das mal. Ich gucke gerade mal. Okay, da oben ist auf jeden Fall noch so ein Ding. Da würde ich sowieso rauskommen, also bringt uns der Malwurf gerade mal gar nichts. Da ist noch ein One-Up, da kommen die auf jeden Fall auch noch irgendwie hin. Oder auch nicht. Ne, da kommen wir dann raus, wenn wir das komische Minigame machen, dass ich eigentlich gesucht habe. Äh, Bonus-Game, nicht Minigame. Glaube ich zumindest. Ich gucke mal weiter, ob ich mich vielleicht nicht doch gehört habe und es hier irgendwo weitergeht. Nein. Oha, weg da. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt in den Turt stürzen soll, um zu gucken, ob da was ist. Nein, gut. Ich war mir da jetzt überhaupt nicht sicher, ob da was sein kann oder nicht. Ähm, wie weit ist die Blume? Da war die Blume. Gut. Aber wie komme ich zu dem Bonus-Game? Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt, ich glaube... Das war eben... Ach, du Schande. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Durch das Rumspielen hier verliere ich meine ganzen... Ähm, kommst du mal hier runter? Ach, komm schon. Du schaffst das. Ja, kleiner Stern. Noras Stern. Heplup. Cool. Ja, ach du Schande. Wow. So, komm. Sternchen. Nein, Stern, Stern, Stern. Wow. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob mir das irgendwas bringen soll. Aber... Es scheint, als würde der wieder zurückspringen und deswegen renne ich jetzt einfach mal los und spiele. Super, Baby. Okay. Hier gibt es aber irgendwo... Irgendwas? Ach, du Schande. Oh Gott, was war das denn noch? Gut, ich suche da jetzt erstmal alles. Ähm... Natterkürbis in den Mund und drücke Y, um die Kerne auszuspucken. Vielen Dank für die Information. So, dann nehmen wir einfach mal ein. Plupp. 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 Sehr spannende Sache. Muss man schon sagen. Gut, da war nix. Das war schon mal... Ach, komm. Das war hier irgendwo. Mann, Mann, Mann. Komm schon. Irgendwo hier war noch ein Bonus-Game. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Irgendwo hier hat sich das Versteck gehabt. Wo war das? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich will das aber jetzt noch schaffen. Ah, da ist er. Gefunden. Also da in dem Bereich links von den vier Steinchen. Und... Ich kann ja auf jeden Fall noch was sammeln. Geh weg. Ja, hi. Hier. Frist das. Okay, hier verstecken sich ziemlich viele. Rote Minzen. Okay, ich hab alle rote Minzen. Gott, das... Klapp herzu. So. Nein. Komm schon. Entschuldigung. Somit habe ich aber auf jeden Fall... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall. Alle rote Münzen. Ich brauch nur noch einen doofen Stern. Aber ich habe gerade herausgefunden, dass er immerhin so ein Knatterkürbis im Mund hat und eine Bledermaus vorbeifliegt, kann man die in eine Sternchen verwandeln. Okay, aber wo ich da jetzt rauskomme, das weiß ich echt nicht mehr. Aber ich habe ja alles. Ich muss jetzt noch ins Ziel kommen. Dann schieb an. Schieb an. Schieb an. Schieb an. Schieb an. Schieb an. So. Geschafft. Gott sei Dank. Puh. Gezies mal ein Bonusspiel. Bitte. Yay. Bonusspiel. Mal schauen, was für ein Bonusspiel kommt. Wir hatten bis jetzt ja bloß Freiruppeln und Karten abschießen oder so. Und wir haben die 100 Punkte. Gott sei Dank. Glückskarte. Decke eine Karte auf, wenn du lucky bist. Gut. Hatten wir das Spiel schon? Nein, das... Ich habe 43 Leben? Okay. Leicht. Ja, viel. Das decke ich... Warum treffe ich bei meinem ersten Auswellen auf Karm... Achso, okay. Das war das Spiel. Dreimal Karmick, dreimal Gewinn. Gut. Ja. Ich setze hier erstmal ein Safe State. Und ich glaube, das war es erstmal für diesen Part. Viel Spaß beim Gucken in meinen anderen Videos. Bis dann. Ciao, ciao.